Der Countdown erläuft bereits, das sagen die Schöpferengel zu uns. Sie haben eine äußerst wichtige Botschaft. Diese Botschaft betrifft die Machthaber, die Politik, die Gesellschaft und dein persönliches Leben. Wir befinden uns in der Zeit des Wandels und die Enthüllungen, die wir in dieser Botschaft erfahren werden, werden uns Mut geben und vielen von uns noch einmal die Augen öffnen. Es ist besonders wichtig, dass du diese Botschaft hörst.